Auf einander treffen der Brüder, Sanji Winsmoke. Sanji trifft sich mit seiner entfremdeten Familie wieder. Die Begegnung verläuft jedoch nicht wie erwartet. Ciao Mary! So, jetzt sind wir erstmal wohl nur auf Twitch. Ist das diese miese Mission, die du gestern gemeint hast? Ich glaube, es ist ein Problem mit den Scharrollen und den Scharrollen. Aber ich glaube, ich kann nicht mehr in die große Scharrollen, die du gestern möchtest. Ich habe mich daran gedacht, dass ich noch ein paar Scharrollen habe. Sanji, du bist ein Scharroll. Ich habe auch nicht mehr ein Scharrollen, sondern ich habe auch ein Scharrollen. Kommt in drei Episoden? Oh Gott! Ich sehe mich schon kommen, um zwölf sitze ich immer noch da. Geil. Ganz ehrlich, Hamalala, solange ich nicht mehr Löser abspielen muss, alles easy. Nie wieder Löser, ich sag's euch. Jeff! Wie ist denn dein Name? Äh, äh, Jeff, ich heiße Jeff. So, tschüssi. Blah, 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 blah. Hör, hör, hör. Hör, hör, hör. Aber ich glaube, es war noch nicht so, ich glaube, es war nur ein Schuss, es war nur ein Schuss. Hör, oh. Hamalala, hast du eigentlich schon heute Morgen die neuen Spoiler gesehen? Eieieiei Solltest du dir auf jeden Fall mal reinziehen Also Ja, ähm Riai Ich weiß halt leider echt nicht, wie man den Namen ausspricht, Dude Riaichu-kun 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 Das Spiel macht schon Spaß Man darf halt nicht sehr viel erwarten Also du hast wirklich nicht sehr viel Story Das Gameplay ist jetzt auch nicht mega innovativ oder sowas Es ist halt wirklich stupides draufhauen Mehr ist es einfach nicht Aber so für ein bisschen zwischendurch ist es okay Aber ich sag's dir ganz ehrlich Mein Tipp Das wird auch in meinem Review dann kommen über das Spiel Gebt keine 60 Euro für das Spiel aus Das rentiert sich nicht Warte bis es billiger ist oder in der Spielepyramide Dann ziehst du die rein Oder mal in einem Sale oder so auf Steam Ja, ähm Auf jeden Fall haben wir la la Äh Und zwar in den Spoilern ist es so Ruffy und Co Also die Strohutbande geht schon mal vor Richtung Unigashima Und da ist wohl so ein riesiges Tor Durch das es halt schwierig ist durchzukommen Weil da halt irgendwelche Leute von Kaido stehen Die das bewachen Als die Samurai dann auch ebenfalls auf Unigashima auftauchen Hat halt die Strohutbande einfach mal die ganzen Wachen direkt platt gemacht Ähm Und dann switcht die Szene einmal rüber zu Kaido Und dann kommen halt die Flying Six Die werden wir aber wahrscheinlich in diesem Kapitel noch nicht zu sehen bekommen Zumindest auf den Spoiler-Bildern haben wir nur ihre Beine zu Gesicht bekommen Und dann erwähnt auf einmal Kaido und sagt Hey, holt mal meinen Sohn hierher Der soll auch an diesem Fest teilnehmen So, what the fuck Okay, Banger Ich mach dann so, wenn die Spoiler vorbei sind Äh, auf jeden Fall What the fuck Kaido hat halt einen Sohn Und da sind wir halt echt gespannt Also ich denke ja, dass der Sohn Das Ass sein wird Weil das Ass fehlt halt noch in der Banne Wir haben ja schon Königin, König, Bube und sowas Und vielleicht macht Oda es sogar so hinterfotzig Und sagt halt einfach Der heißt ebenfalls Ace Das wäre halt echt Wenn dann Ruffy ankommt Ah, boah, das da ist mein Sohn Ace Was? Oh, das könnte böse enden Also auf jeden Fall Banger Spoiler Warte mal Warte mal So 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 Und jetzt So Mit wem spiele ich denn überhaupt? Achso, Sanji So 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 konzentrieren alle charaktere freigespielt banger das werde ich nicht mehr machen ich werde den story modus durchspielen und danach werde ich das spiel wahrscheinlich nicht wieder anfassen bin ich ganz ehrlich so umhauen tut es mich jetzt nicht krieg ich auch irgendwo leben ich hasse es fliegen geht mir auf den keks leben leben lasst mich zu den leben noch mehr leben das sehe ich mir noch auf das ist eine volle aufladung so niji haben wir platt gemacht hey mary bist du doch noch da ja das war ja auch so eine überlegung in vielen foren und sowas dass sanji jetzt auf einmal handschuhe anhat weil lissop und frankie schon in den raid suit verbessert haben so dass er nicht mehr so auffällig ist und dass es halt sozusagen der raid suit in den handschuhen versteckt ist nein ich habe ein großes lebensding eingesammelt shit ja jetzt kommen zwei von denen auf einmal ach ne ich vergesse immer dass er fliegt damit ich glaube ich kämpfe ohne diesen blöden moonwalk ja ich glaube es auch nicht so ganz mary das ist wäre schon lustig aber weil ich bin jetzt nicht so der mega fan von dieser power ranger transformation das wäre auch ein bisschen lame one piece pirate warrior 3 habe ich auch noch auf steam ich habe sie mal gekauft und noch nie gespielt wie so viele andere spiele auf steam ey halt aber was spielen wir hier jetzt ping pong oder was verpisst euch weg mit dir ja wenn mal zeit ist spiele ich auch pirate warriors 3 durch aber ich habe so viele let's plays die ich damals auf meinem let's play kanal angefangen habe und nie zu ende gespielt habe die ich vorher erstmal durchspielen muss ich muss immer noch dark souls 1 durchspielen das behinderste spiel aller zeiten ich sage es euch ich bin absolut kein dark souls fan bin so am ausrasten also wenn ich dazu spiele das werde ich auf jeden fall auf fsk 18 stellen müssen weil ich da die ganze zeit nur am fluchen bin also das einzige was ich bei dark souls hit and run ist das spiel selber aber aber allererstes let's play damals war alle meine kumpels gesagt oh es ist ein gutes spiel komm spiel so so geil bah ja keine ahnung welche leute das spiel mögen also wenn ihr das spiel mögt euer ding ich hasse es abgrundtiefst aber ich hasse es noch mehr sachen anzufangen und nicht zu beenden deswegen werde ich mich irgendwann mal wieder ranwagen wenn meine nerven etwas geschont sind ich verstehe dieses spielkonzept einfach nicht boah ist es so geil weil es so schwierig ist ja ich kann auch tetris auf die höchste schwierigkeitsstufe stellen naja es ist auch schwierig sterbe ich auch die ganze zeit aber was mir am meisten angekotzt hat ist gar nicht der schwierigkeitsgrad bei dark souls sondern einfach nur wenn du dann halt mal dummerweise bei einem gegner stirbst spawnst du halt nicht in der nähe nein du musst nochmal 5km weit laufen und ich hasse es in spielen so ewig lang rumlaufen zu müssen ein unglückliches Duell Ruffy vs Sanji nach dem siegreichen kampf gegen Brille laufen Ruffy und Nami durch den Wald der Versuchung um endlich Sanji wiederzutreffen allerdings sind beide von Sanjis Reaktion überrascht ich weiß noch damals da kommt relativ am Anfang von Dark Souls irgend so ein Stier Dämon oder sowas an dem bin ich dauernd gestorben und da musste ich von dem scheiß Lagerfeuer ganz am Anfang der Karte immer wieder bis zu dem hin dackeln durch ich weiß nicht wie viele Gegner durch nur um dann 5 Sekunden zu kämpfen und wieder zu sterben Ciao Banger das hat mich jedes Mal so angekotzt und ich habe sie damals als Let's Play gespielt das heißt ich bin hingegangen habe die ersten 5 Sekunden von der Folge gekämpft und dann bin ich die restliche Folge nur wieder hat es gedauert bis ich wieder bei dem war naja auf jeden Fall neben Dark Souls habe ich auch noch angefangen Jump Forces muss ich noch zu Ende spielen und Sword Art Online Fatal Bullet muss ich ja noch fertig spielen und ein Let's Play das ich auch angefangen habe noch zu Ende spielen muss ist Hero of Might and Magic 2 und Blast Blue Calamity Trigger viel zu viel zu tun und viel zu wenig Zeit wie gesagt ich bin einfach so ein Mensch ich habe da irgendwie so eine Zwangsneurose oder sowas wenn ich ein Spiel anfange egal wie beschissen es ist ich muss es halt zu Ende spielen und es kann noch so beschissen sein Aha. Interessante Fähigkeiten, Boni. Wusch, wusch, wusch und weg mit dir. Ähm, Mary, ich bin vor 5 Tagen 30 geworden. Ja, ich gehöre jetzt langsam zum alten Eisen. Ja, das ging der Attacker noch daneben. Ich glaub's ja nicht. Danke, Hamalala. Na, Geburtstag in der Corona-Zeit. Schrei nicht gerade nach Party. Ja, dann gehöre jetzt. Das hat bestimmt wehgetan. Du bist immer... ...wagamama so. Autsch. Das hat bestimmt wehgetan. Einmal, Sanji. Und das auch. Und tschüss. Was... ... Ich bin kein Wort. Ich bin kein Verrückter. Ich bin kein Verrückter. Ich bin kein Verrückter, aber ich bin mir nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr. Ich bin noch nicht der Weg. Ich bin mir hier. Ich bin mir hier. Wenn du nicht mehr zurückkommen, ich bin hier. Ich bin der Weg. Du bist mein船. Ich bin kein Verrückter meiner Tatjag. Ich bin in meinem Stellungnahme. Wenn der Beisch settled ist, und wenn der Weiskut springt. Wir werden nur am Tief . Ich bin kein Verrückter dafür, Ich hat den Zeitraum nicht Ansicht an dranfficieren. Ich will Aíge. Ich bin durch ein Glauben. Ich werde d room enorme. Nicht euer一定. ich das jetzt nicht so die gruppe danke mary was du fandest ace tot nicht traurig bist du denn drauf ich muss sagen ich fand es schon als ace gestorben ist schon hat mich schon mitgenommen wobei ich fast schon sagen muss aber das ist auch ace tot nicht die traurigste scene in one piece war für mich ich glaube viel trauriger in one piece fand ich damals namys flashback und so mit belmere und sowas das hat mich richtig mitgenommen vielleicht auch noch weil ich damals einfach jünger war aber so aus dem kopf heraus wenn ich mich recht erinnere fand ich das deutlich trauriger also in a long mit seiner pistole da stand und dann einfach nur noch naja das stimmt schon naja das stimmt schon aber ich glaube die todesszene von belmere aber ich muss echt sagen also die todesszene von belmere die fand ich deutlich heftiger sogar das hat mir halt für nami so extrem leid getan die macht alles gut wird von allen gehasst dann tritt sie noch der blöden bande bei wo ihre schwieger äh hier ihre ersatzmutter getötet hat ihre eigenen eltern kennt sie gar nicht sie war ein findelkind das fand ich richtig heftig so bellios so und weckeng euch so 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 und Einfach weggebeamt. Ich glaube nicht, dass Zoro weinen wird. Also wenn Oda hätte Zoro weinen sehen wollen in Wano Kuni Arc, dann hätte er das gemacht, wo Yasui gestorben ist. Außer das einzige, was Oda noch machen könnte, ist halt, dass Oda irgendwann doch revealed, sodass auch Zoro an Shimotsuki war, so wie es jetzt bei Koshiro rausgekommen ist. Und dass er sich halt so rausstellt, wie ich war ein Shimotsuki, fuck, ich war mit Yasui verwandt. Was weiß ich, dass Yasui sein Onkel ist oder sowas. Und er dann wieder an die Todeszene zurückdenkt und dann anfängt zu heulen. Das könnte ich mir noch vorstellen, das könnte noch passieren. Sollte er sich rausstellen, dass Zoro wirklich ein Shimotsuki ist. Also das könnte ich mich nicht mehr so rausstellen, wenn es auch eine Schauspieler ist, wenn ich nicht mehr so rauskennen. Sollte er sich in die Zeit und es wäre das nicht alles zu tun. Sollte er sich nicht mehr so rauskennen. Also hätte ich nicht mehr so rauskennen. Sollte er sich das nicht mehr so rauskennen. Puh, was? 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 Puh, Puh, was? Ja, ja Es ist ja die Frage, wenn noch alles auftaucht So wirklich Meines kennen ja auch zum Beispiel, was ich ja immer noch Sehr stark glaube Aua Dass hier die Strohhut Großflotte noch kommen wird Weil, wenn wir uns mal überlegen Die haben gesagt, sie kommen Ruffy zur Hilfe Wenn der mal Probleme hat So, als Als Ruffy von Kaido Geone-Shotted wurde Da hat ja sicherlich seine V-Ray-Card Angefangen zu brennen, weil er war halt Hier halb ledig, halb tot Oder zumindest bewusstlos halt Und jeder von der Großflotte Hat ja eine V-Ray-Card bekommen Von Ruffy Das heißt, die haben gesehen, okay, Ruffy ist in Schwierigkeiten Und haben sich wahrscheinlich alle in die Richtung aufgemacht Alles andere würde keinen Sinn ergeben Weil, wozu haben sie sonst sonst die Karte, wenn sie eben eben nicht zu Hilfe kommen Und wenn die halt wirklich kommen, dann haben wir halt mehr als genug Leute Aua, die gegen halt so Kaido und so antreten können Einzige was da noch ist Was noch sein könnte Die Shijibuka werden ja aktuell alle gejagt Die, also die Shijibuka werden ja alle gejagt So, auch Edward Weevil haben wir ja gesehen Ich meine, das waren jetzt alles nur kleine Mini-Soldaten, mit denen wird der Lok ohne Problem fertig Aber sollte da auch mal irgendwie so ein Admiral oder so auftauchen Kann ich mir schon gut vorstellen, dass Edward Weevil halt gefangen genommen wird Oder dass halt Miss Barkin sagt Okay, komm, wir verstecken uns jetzt erstmal so lang Bis das hier ein bisschen Gras drüber gewachsen ist Und Marco erfährt das alles in irgendeiner Art und Weise Dass er entweder gefangen genommen wurde ist Oder es halt sich versteckt hat Und sagt dann, okay Momentan besteht für die Insel keine Gefangenheit Loge